Hallo Hallo Bitch So, überschwimmen wir das mal, das kennen wir schon Voll Zwischlang So Machen wir euch gar nicht mehr sicher Ja, du wolltest nichts, ne? Er ist nicht da, er bekommt auch nichts Ja, wollte ja vorhin auch nichts So viel ich weiß Ja, ja Okay, so wie war's jetzt nochmal, er war Schütze Und du warst auch bodenslug Aber kein guter Schütze Um das mal anzumerken Boah, war das schlecht, Alter So, Wasti, diesmal darfst du die meisten Kills machen Ich hatte 5 und du hattest 8 Jetzt seh ich gar nicht ein Ja, ich hatte auch keine Rüste drin Ich musste auf meinen Anzug aufpassen Ja, diesmal hol ich für den Anzug Ich brauche einen Spy den Anzug, da machen wir einfach nichts Genau Jetzt müssen wir halt erstmal wieder hinfahren Okay Obst, der Ravelkopf hatte 116 Kills Easy Nicht breit, breit Nicht breit, breit Breit, breit 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 Nicht breit, breit Basti Du siehst aus die Phantom Lord Danke Das war kein Kompliment Ich schwöre Ich schwöre Hahahaha Hahahaha Kann man machen Sonntagabend was mach ich nur Hahahaha 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 Ihr könnt mir übrigens Ja genau, habt ihr schon Du bist sicher, dass du nichts willst Ne? Raffi Du bist sicher, dass du nichts willst Ja, er ist sich sicher Gefliegt Habt ihr mich jetzt gar nicht gemacht? Ja gut Genau gleich wie gerade Warte Einfach zum Beispiel Hast du ne Basti? Ja Alter, da hast du halt dasselbe Tattoo Das ist voll unfair Lul Mach es weg Hahahaha Schieß es weg Ok Hahahaha Ich glaube ich komme ein paar mal an den Schnitt Ich muss nur noch mehr rein drücken Ne, ich brauche ein bisschen länger Du schaffst ja nicht Alles klar Nein, die Rest E3 Outfits sind mir zu viel Auswahl Hahahaha Viel zu viel Man weiß einfach nicht was man nimmst Da nimmt natürlich wieder die Gummihose Raffi steig mal bei mir ein Ich kann auch mal fahren So Abwechslung Na Raffi Alles klar Wohu Raffi Wohu Raffi Wohu Raffi So nenne ich mich jetzt Neue Kleidung Boss T-Shirt Du willst du roma fahren? Cool Nö So warte mal Jetzt sind wir wieder weg Punkt Bin beschäftigt Fack ich hatte jetzt noch ein Zentrone Ich höre auch ein Zentrone Ja Ich höre auch ein Zentrone Ja Hahahaha Hahahaha Versuche mir meine Hupe auszugreppen Hahahaha Ich weiß nicht wie sie dadurch langsamer Hahahaha Boah ich muss gar nie so nachfangen Zum Glück fährst du mich in der Ego Perspektive und zuerst hat die Finger in der Gesicht Ja 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 Hahahaha Hahahaha Ich glaube die Füße sind auch so schnell. Wie heißt denn der Stiekefinger? Zeigefinger oder so irgendwie. Oder zeigen, ich weiß es nicht genau. Warum macht ihr das? Ich hab ihn nicht gehört. Schuss, Schuss! Gott! Ey, wo kommt der denn? Was soll die Fahrt? Der Evo-Perspektive-Fahrt war sie. Was ist die erste Mal, dass ich in der Evo-Perspektive-Fahrt war? Nee, Alex, guck rein. Boah, mach ich lieber ein. Wieso ein Hund? Fuck, nein. Ich sag deine Mutter zu sein. Okay. Boah, shit! Was? 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 Vielleicht müssen wir auf ein anderes Auto umsteigen. Nee, okay, passt. Scheiße! Nein! Da geht's rein und machte nichts. Oh, ein Kerlab, ich glaube, Sie vorbeifahren. Das ist immer egal. Ohne Hand zu halten. Hey, ich finde den Stickfinger nicht. Hey, ich bin das in deinen Arsch. Der Rüßloch, der ist gut. Der ist gut. Guck mal, Alex. Boah, what the fuck? Ich hab's. Guck mal, alles aus. Tracker. Boah, wie leise das Ding ist. Ich komme schon auf das nächste Auto. Halt wieder Sound, meinst du? Ja, jetzt kann man wieder was hören. Wir fahren. Ich weiß nicht, mach mal ein paar Tiefen. Ich weiß nicht, mach mal ein paar Tiefen. 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 Keiner das Spiel auch, denke ich, oder? Nope. Naja, aber... Wirst du wissen, was Stink auf den Hals oder was? Mhm. Ach so. Finger auf Stink. Stinking Tiefen. Ach so. Ding Ding. Das ist... Muss man wissen. Können wir mal in den Heli rein fahren? Ich glaub, ich hab in der Schule nicht so gut aufgepasst. Das Thema mit dem Stinking hab ich glaub ich verpasst. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Der bin ich. Was ist hier, der bin ich? Mann, schläg mal draus. Ich bin schön, wie sie jetzt in uns holen. Hä, diese... Hex? Was ist denn? Nein, nicht mein schönes Auto! Nein! 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 Was macht der denn da, der Agent? Was macht der denn da? Ey, wo parkst du denn? Fuck off, Alter. Ey, komm, das darf jeder machen. Nachdem Raffelkop das einmal gemacht hat, darf jeder machen. Ja, okay, jetzt hast du deine Endsmile aber schon verbraucht. Ja. Wenn du jetzt nochmal fährst, dann musst du... Musst du jedem... 100.000 abgeben. Am Anfang der Mission ist der Fall low, wenn er ein ganzes Mal... Hey, das soll gar nichts passiert. LOL. Alle stehen so, ready, da. Guck mal, ich kann's halt. Jetzt... Guck mal, meine Waffe. Das ist nur noch eine pinken Dildo in der Hand, Alter. Ich drohe, ich hätte das bei uns selber auch. Guck mal, soll ich die nochmal kennenlernen? Jungs! She's all yours! Hahaha, scheiße, Alter. Fuck America! Himmel hoch. Himmel hoch, heikel diesen Auerjad. Hahaha, hehehehe. Guck mal... Ist schon spät, ne? Hahaha. Guck mal, guck mal hinter die Lichter. Wunderschön. Wunderschön. Spinboard! Hahaha. Das sieht so bescheuert aus. Sorry, ich hab einfach nur so bescheuert. Hahaha. 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 Oh, man. O, man, kiaos. Hahaha. 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 Ok, jetzt lieber nicht verschießen. Nobody cares. Wie das einfach nur aussieht, ey. Scheiße. Auf geht's, Jungs. Gooo, hui. Wasti, komm ganz im Flurz. Wasti, wir sind nicht zu spät. Wir sind nicht zu spät. Ja, jetzt. Woher? Komm, Wasti, Schlussflug. Nein. Nein! Nein! Wer hat jetzt gefailt? Basti, warum kitzst du mich? Jetzt hat Basti keinen Freetrail mehr. Na klar. Wenn du mich kitzst. Ja, ne, ist klar. Hast du ihn einfach getötet? Ja, Mann. Ich habe ihn Booster hier, wenn du das einfach gegen die Watte klatscht. Jetzt müssen wir halt nochmal fliegen. Oh. So geil war das jetzt auch nicht. Ja, das hat Spaß gemacht. Aber auch meine Waffe. Ja. 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 Ja, los. Ja. Ja, los. Ja. 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 Tschüss! Tschüss! Safe! Da ist auf jeden Fall richtig safe. Lass mal so ein Auto... Hab's dann noch zwei Motorradfahrer umgeballert. Ist er schon da? Ich mach auch noch was. Nico, falsche Sprunge in einer Ego Perspektive? Hä? Nee, niemals. Du weißt, was davor F zu drücken und einen Falschhebensprung zu machen. Also auf die Absprungzone. So, ab geht's! Okay, was ist hier los? Hui! Alter, das sind Grundsträger hier. Yo, was ist hier? Wieder ab jetzt. Was ist hier nicht sterben? Vorsichtig, so wie ich. Hehehehe. Das geht gegen Torsten. Für den ersten Mal sah es so einfach aus. Aua. Ich hab ja keine Russen. Habe ich gerade verloren mit dem Innenfall. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab noch ein bisschen Pause gemacht da. Bei was, wie wir aussehen? Absolut. Hast du eigentlich abgeschossen? Ja, danke. Warte mal, was müssten wir hochjagen? Was machst du denn da? Tür? Was müsst ihr hochjagen? Ich will mit den Türen aufzuschießen. Links? Zwischen den beiden Türen noch. Ich muss euch schraubschießen drin, Alex. Achso. Aha. Okay, und schon haben wir was zu tun. Jetzt haben wir was zu, Alex. Okay, easy. Fahrzeug. Direkt unter uns. Ja, ja. Dann machen wir mal die Drehungen. Gehen ein bisschen höher. Dann treffen wir auch alles. Hey. Die Fahrzeuge kommen eh hier durchgefahren. Von daher muss ich einfach noch hier warten. Hast du Fall? Ja, da überlebt eine ernste Menge der Typ. Lebt der noch? Nö. Okay. Ich mag Missionen, wo ich im Flugzeug bleiben kann oder im Heli oder im Auto, weil ich Musik hören kann. Ja, Heli. Aber warte noch kurz, wir sind noch am Boden. Der ist noch zu weit weg. Lohnt noch nicht. Warte, was? So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf dem Heli. Ja, übernehme die Sniper Schüsse. Wo die Hacker. Okay, Heli. Warum ich die jetzt richtig kritisieren? Muss direkt hoch. Und wieder runter. Wunderbar. Hallo. Direkt unter uns haben wir einen von denen. Ja. Schau mal da rechts. Irgendwo. Theoretisch. Hier irgendwo... Ne. Ah, es kommt im Auto. Ne. Ne. Nicht dein Ernst. Deswegen schade ich da hinter dem Pfosten einfach. Ja, du bist schon so ein Pfosten. So, das war jetzt mein Schwall. Hm. Oh, nie, Mann. Mach doch jetzt mal ernst, komm. Hm. Hm. Pasti, ich hab dir immer einen Aufraber hier. Ja, ich hab nur einen Kills. Was ist das Problem? Ich überschätze dich wieder. Du hast nicht einen einzigen gekillt. Ich hab dir gesagt, du machst diesmal alle Kills. Ha. Nein, nicht schon wieder hinfliegen. Oh. Wieso kann man nicht oben statten? Oh, Mann. Ich geh inaktiv. Ja, aber steig noch kurz ein. Das wär ganz gut. Ne. Ne. Ich dachte, ich hab mich dann ab, wenn alles zu Ende ist und dann kassier ich die Bedrohung. Ja. Hm. So, alle für einen und so. Ja. Ja. Ja, was denn? Ja. 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 Scheiße. Ja. 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 Auf geht's. Ja. 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 Nein. Ichuche, dass ich denочler schon so stark geschnackt bin. Nein. Genau. Mach mal. Nein. 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 Vielleicht. Ja. Nein. Nein. Guck mal, der Zug. Verrecker, K. Der juckt das nicht. Die fahren einfach weiter. Ja, und die Kameras auf der Bus. Guck mal, der Mond. Fick dich. Und... Okay, los geht's. Falschirm. Auf geht's. Was? Alter, scheiße. Selbstreiche Idioten. Ich hab getroffen, es hat ein Heli getroffen. Dann hab ich euch getroffen. Also mich hast du fast getroffen. Es war genau neben der Explosion. Ich dachte schon, jetzt geht der Heli hoch. Ja, ich auch. Wir brauchen die Tür den Heli Rotor zu öffnen oder so. Was? Oh, was? Wo landest du denn? Ich hab immer halb noch dran. Der Baum. Was? Alter... Krutzscheibe. Das muss ich mal versuchen, ob ich da aufschließen kann. Geht mal weg. Okay, go. Ne, ne? Ne, kannst du nicht. Doch, scheint zu klappen. Ach, danke. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Los, rein da. So, und jetzt so wie immer. Ich will die wegschnipen. Ich will die wegschnipen. Was ist die denn? Da, warte, Maschi. Warte. Ey, der verreckt ja nicht mal. Kappa? Hat er gerade Kappa gesagt? Wo ist der? Hinter der Kiste. Warte doch mal, bis der rauskommt. Ist doch hinter der Kiste. Ja, warte doch mal. Jetzt kommt der Heli. Glaube ich. Aber er ist von hier unten noch ein Schiff. Ich glaube, jetzt kommt einiges. Ein paar Leute, ein paar Fahrzeuge und dann Heli. Ich glaube, jetzt kommt ein paar Leute, ein paar Fahrzeuge und dann Heli. So, einmal ein Auto, noch ein Auto. Du bist vorsichtig. Ich schmeiße ein Auto. Du schmeißt die beiden Autos. Ein Auto. Heli ist es. Perfekt. Der andere. Verlust. Eigentlich würde ich es veressen. Musst du das mal aufheben. Okay, hier. Hinter der Wand. Ja. Ich würde das jetzt aber schon gleich mal versuchen sehen, was die da so machen. Ja, würde mich tatsächlich auch interessieren. Ja, ein Greyporn. Klar. Wo finde ich es nachher? Welche Seite? Wobei, will ich das wirklich sehen? Ist halt die Frage. Wie so zu zweifeln ist das eigentlich ein Leerweg. Also, war wir kommen jetzt sehen. Ja, also. Die Mon. Die Mon. Guck, mein Avatar. Dann schließe ich meinen Crafts Channel rein. Warte. Auf die Scheiße. Oh, Heli. Okay. Ich geh dem Re... Los. Ich geh dem Rechts. Hast du ihn da? Dennis, er lasst dich aus. Er lasst mich mit dir. Nein. Jetzt geh ich in Minecraft, wenn wir bei Coma HD rein und mal kannst wir Minecraft spielen. Warte. Warte. Also, jetzt nenne ich mich... Dennis... ...2003. Halt mal dein Maul. Ich bin mein Team Stigier, ja. Okay, Fahrzeug, als ist es. Dann hat... Nein, Chopper sind näher. Wir sind einfach zu nah. Ja, da kommt schon der Erste. Der Zweite ist da rechts. Du bist ein bisschen höher. Ja, ich weiß. Okay, wir können runter. 4 auf 1 wieder, ja? Mhm. 3... 2... 1... Das war gut. So. Wir sind noch ein Stück weit weg. Nein. Der Stuhl. Hahaha. Der Stuhl. Ja. Gut Job. Nice. Eishack. Fahrzeug kommt. Sehr schön. So, der erste Heli kommt. Gerade vor uns. Voll in die Eier, Alter. Heli, 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 Heli. Wo, wo, wo? Da. Ah, da. Da. Voll in Ass. Wir haben nochmal einen. Alter, nice. Indiegar. Und direkt vor uns Heli. Okay, wir können wieder runter. Hui. Lol. Ja, was ist das? Wie macht's denn das so aus? Der ist bis zu kurz. Mann. 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 Hallo Mann. Hallo. 10,8,9,6 Jahre. Heli. Unten am Parkplatz muss theoretically irgendwo einer sein. Iron. Ja, das war's. An den. Und ein neues Auto kommt. Aber ich darf halt nicht zu nah dran sein, denn wir schießen auf uns und dann laufen wir. Und es ist ungesund, hab ich gehört. Jens zu dem Skorpion, alles klar. Nenn dich, ähm, der echte Jens. Der echte Sven. Wo zählen die gerade runter? Ist das bei mir in der Musik oder hier im Spiel? Ey, du musst mal ein bisschen nach links drehen. Ja. Okay. Okay. Einmal mit der Ruhe. Nein, nein, nein. Noch zählt's nicht. Wenn ich noch nicht gelandet bin, müssen wir's nochmal wiederholen. Alter, ich muss da landen. Geh mal rüber. Oh, okay, ja. Jude. Los geht's, packen wir. Junge. User like your channel. Oh, scherz, der Heli ist. So weiter geht's. Irgendeiner von euch ist doch gerade dabei, irgendwas zu futtern, oder? Ja. Ja, immer klar. Was gibt's denn der Rest? Ich hab' nicht alles wirklich gekippt, das ist noch üblich. Kaumschlechts. Ah, lecker. Stimmt ja. Du warst ja der, der Dekon-Flex über seinen ganzen Tisch verschüttet hat. So, wer macht jetzt das Auto kaputt? Nein, jetzt bin ich dran. Ja, ja. Ah. Ich setze zwei Kamikates da ins Auto weg. Ja, ich bin böse. Oha. Ja. Wenn du das schaffst, dann... Guck mal, der Ende mit mir ist inaktiv. Ja. 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 Das war's jetzt. Ja. 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 Oha, alle is die. Ja. Nein, mein Arzt war wirklich. Du musst nur nochmal spielen. Nein, heiz mal. Wir müssen nochmal spielen. Nein! Immer zum Friseur. Hast du meinen Stick? Schöne Kratzer. Einmal vor, ich will jetzt so antworten im Sprachchat. Ich will direkt das vernecken. Komm, mach es. Holz-Karotte. Jetzt sind wir schon nicht links. Da schwimmt irgendwas nicht. Waren wir noch eine? Ich weiß nicht, ob ihr welche habt. Allgemein sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall dabei. Tollalalalalalalala. Ah, der Boy hat Platinum abgestaut. Platin. Nicht so schnell ein neues Spiel. 50. Oh, hier ist noch eine 3.000. Ja genau, wieder so 2 AP vom nächsten Level. Standard. Standard. Ja klar. Jetzt ist er ja nicht schwarz. Dieser weiße Platinum wird immer besser. Ja, der war bei mir auch vorhin weiß. Warte aufs Spiel. Echt unterhalten. Ja, ich bin rechts. So jetzt kommt der richtige Laderscreen. Der Laderscreen der Hölle. Ja. So. Ja, was machst du da? Drück mal der Taste. Ja, ich hab jeder der Strafgeränder meinen Kontakt. Oh, wie schön. Nur dadurch. Money Rain. Nur dadurch. Wenn du das so 10 Minuten machst oder so. Dann hast du sie. Dann bist du eine halbe Million los. Dann hast du sie. Dann ne halbe Million. Hört sich gut an. Hier. Press. Oh fuck. Ich hab ja noch 200.000. Oh, ich hab jetzt wieder ein bisschen mehr als ne halbe Million. 55. Okay. Wenn ihr ne neue Mission habt. Bin ich gern dabei.